In einer Michelstätter Fahrradwerkstatt ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Beim Einsatz musste die Feuerwehr gleich mehrere Hürden bezwingen. In Michelstatt kam es zu einem Brand im Michelstätter Rathaus. Am Freitagabend, 11. Februar, sei eine Rauchentwicklung gemeldet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Aus bislang unbekannten Gründen habe der Linoleumboden der Werkstatt gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Flammen und schwarzer Rauch sichtbar. Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, brannte die Werkstatt komplett aus. Auch die Verkaufsräume wurden durch den entstandenen Rauchstark beschädigt. Mithilfe eines speziellen Lüfters musste das Gebäude belüftet werden. Außerdem machte das Löschwasser weitere Probleme. Auf den Straßen bildete sich eine Eisschicht. Mitarbeiter der Stadt streuten die betroffenen Stellen ab. Insgesamt waren mehr als 80 Einsatzkräfte an den Lösch- und Aufräumarbeiten beteiligt. Der Einsatz dauerte bis in die Nacht. Ein www.presse-echo.de von www.odenwald.tv und www.michelstadt.com Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020